Hallo Freunde, auch dieses Jahr veranstalten wir von der Backstone Crew unser allseits beliebtes Bundesliga-Tippspiel. Auch dieses Jahr sind alle Abonnenten, aber auch die ganz normalen Besucher unserer Seite oder unseres YouTube-Kanals herzlich dazu eingeladen, doch mit uns zusammen in der Lustre-Runde ein bisschen Bundesliga zu tippen. Das Spiel ist natürlich wie immer kostenlos. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist euch auf Kicktipp einen Account zu erstellen und dann auf die Backstone Crew-Seite zu gehen und sich beim Tippspiel anzumelden. Vielleicht gibt es dieses Jahr sogar was zu gewinnen, das müssen wir mal schauen. Wir überlegen noch, was ein geeigneter Preis wäre, aber es bietet sich ja an, diese formschöne Backsmütze in Oldschool. Also meldet euch an, umso mehr mitspielen, desto lustiger wird es. Tschüss!